der bär war witzig king kong hier jetzt nicht mehr ganz so danke fang ah shit dann nehmen wir es ja wie doof kann man sein ernsthaft ja jetzt weiß ich auch warum wir die ganze munition gekriegt haben hallo donkey na tut das weh verzeiht mir meine ausdrucksweise aber gefällt dir das einfach nicht du affe warum ich in deckung gehe weil ich es kann kann es sein dass der spezialist uns nicht sieht das kugeln was haben wir denn hier nichts was mich im moment interessiert oder nicht ist er up to far fang na, wo ist er, der kleine Scheißer und tschüss war ein interessanter Kampf ich glaube, er hat uns nur gehört und nicht gesehen aber ich liebe dich so sehr ich dich liebe mein schönes Gewehr, aber und das Zeug nehme ich mit aber trotzdem ich bin so dankbar für diese AK was haben wir denn hier hier brauchen wir Strom ja mir auch bald nicht ich muss hier raus ja hier geht es nirgends hin, oder? Filter, danke den kann ich echt gut gebrauchen hier ist aber nicht noch so ein Riesenvieh, oder? Medis reingekommen geh weg wirst du das Medikament erfinden, oder? ja ich kann mit Stress nicht umgehen ich komme zurück und wenn es das letzte ist, was ich tue, glaub es mir nee ich bin nur gerade ein klein wenig überfragt ach wie wär's hiermit ja, natürlich das Kabel geht hierhin die Tür ist aber zu äh, okay aber nee, hier geht's nicht rauf okay, das heißt ich hab unten was übersehen hier war soweit nix nein nein ah ja ich hab's übersehen sorry ja mal gucken läuft läuft natürlich natürlich und wird es nicht mehr ich versuche nicht mehr ich versuche nicht mehr mich versuche zufrieden das heißt, ich versuche ein du bist du bist du bist ich versuche du bist ich versuche du bist Pieps, hast du eh recht Komme ich jetzt durch? Ne Vielleicht soll ich diesen hier machen Ja, das sieht schon besser aus Komme ich jetzt durch? Danke Ich möchte nämlich nach Möglichkeit nicht nochmal Bekanntschaft mit so einem Ding machen Puh Einmal hat mir eigentlich gereicht Oh Gott Was geht denn hier ab? Mir egal Ich muss Anna retten Kommt jetzt der Affe auch noch? Natürlich Achso, ich war schon angeschlagen Shit Blöder Fehler Blöder Fehler Vielleicht sollte ich Die Kellertaktik nochmal probieren Das weg Lass mich nur kurz mal gucken Da sind wir soweit gut bestückt Das passt schon Okay Und auf geht's Ich weiß halt auch nicht, ob ich über die Tische drüber komme Nein Das war ganz schlau Sorry, Äffchen Ich muss dann mal Das war ganz schlau Nett 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 Entschuldigung Entschuldigung Es war nur eine Doppelläufe Keine Zeit Zum Nachladen Ich hab sie einfach weggeworfen Das Ding stürzte sich sofort herauf Ich war schon eine ganze Femme tiefer Als sie sich wieder umdrehte Dann warf ich meine Felsklasche Und zum schluss die Atemschutzmaske Und zum schluss die Atemschutzmaske Okay Wink dir? Ah gott Und der nächste was wird langsam echt belastend ja jetzt wissen wir auch warum er gewinkt hat gewinkt gewankt gewinkt maske ok ich höre ihn doch schon ja 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 Okay. Bevor ich streichle Einheiten mit dem Austausch, gehe ich lieber. Wow. Ach nee. Na toll. Lass mich raten, was jetzt kommt. Ah, ist das bitter. Ja, und jetzt noch Anna. Natürlich. Schon wieder jemand mit dem gleichen Pullover wie sie. Und jetzt. Zwei Äfflein. Und keine klare Sicht. Na toll. Lass mich raten. Richtig. Hier geht's nicht raus. Alter, er hat mich nur gestreichelt. Äh, ja. Na dann. Hallo. Und tschüss. Es gibt Phasen im Leben, da sollte man wissen, wann man rennen muss. Oh nein. Ist nicht dein Ernst. Und jetzt kommt King Kong von hinten und haut mich um. Ja, sag ich doch. Puh, das war jetzt bitter. Es ist aber auch, wenn du die Dosen zu weit wirfst, dass sie halt da nicht drauf reagieren. Das ist auch ein bisschen. Sorry. Ja, Filter. Schön. Kennen wir alles. Hier geht's lang. Sorry. Es werde Licht. Ja. Okay, wir müssen nach vorne. Müssen die Dinger aktivieren. Rein, rauf. Oh Gott. Den Schalter umlegen. Die große Frage, die sich mir stellt, ist halt. Kann ich die hier scharf machen, ohne dass ich die Affen rauslocke? Das ist die große Frage. Das sollte noch gehen, aber das Klicken dann, und zwar das hier, schnell speichern. Alter, wie viele Affen sind hier bitte? Okay. War das der von hier oben? Ah, sehr gut. Das finde ich sehr lobenswert von euch, Afflein. Alter, die haben Schalt halt schneller. Danke. Woa. Alter, bitte Lass mich einfach nur von den Affen weg Wenn ich noch irgendwas wegen der Würmer sage, erschießt mich bitte Ähm, wir brauchen auf jeden Fall nochmal Dosen Sehe ich gerade, ein Healthpack kann auch nicht schaden Aber Dosen Auf jeden Passt, hier sollten wir uns wieder normal bewegen können Hm Nett Na toll Ich finde es Dass du da bist, Fenn Adjom, steh auf Hopp Aber ganz schnell Wir finden diese sch... Schöne Zeug Da Was Was zur Hölle Jetzt wissen die Affen wenigstens sicher, wo wir sind Leer Leer Alter Ernsthaft Ich gehe aus diesem Scheißgebäude erst wieder raus, wenn ich das Mittel habe Das ist halt klar, oder? Und wenn ich die Affen dafür umlegen muss Es ist da Es ist da